Heute bei Review Lifestyle die Citizen Damen Armbanduhr. Nur hier bekommen Sie die stilistische Schönheit zu einem wirklich günstigen Preis. Die Damenuhr der Marke Citizen mit Edelstahlgehäuse verleiht Ihnen in jedem Outfit ein einzigartiges Gefühl. Die analoge Citizen ist mit einem Mineralglas ausgestattet. Das Gehäuse mit einem weißen Ziffernblatt ist 7 mm hoch und aus Edelstahl gefertigt. Das Bicolor Armband besticht mit beschichtetem Edelstahl. Das Uhrenarmband ist 12 mm breit und wird von einer Sicherheitsfaltschließe sicher verschlossen. Dieses Schmuckstück ist nur 399 Gramm leicht und bis zu 3 Bar wasserdicht. In der Kalenderfunktion zeigt es den Tag an. Dieses Produkt erhielt bei Amazon erstklassige Kundenrezensionen, zum Beispiel. Nach über einem Jahr kann ich heute sagen, dass ich meine perfekte Uhr gefunden habe. Design super, Qualität perfekt. Die Uhr läuft bis jetzt ohne Probleme. Nie mehr Batterie wechseln. Mal sehen, ob das auch so gut weitergeht. Ich kann mich den übrigen Bewertungen nur anschließen. Die Uhr hat ein dezent klassisches Design und funktioniert zuverlässig. Die Beschreibung trifft meiner Meinung nach absolut zu. Besonders gefällt mir, dass man diese Uhr sowohl zu Gold als auch Silberschmuck tragen kann. Der Verschluss lässt sich ohne langwieriges Gefummel öffnen und schließen. Der Preis ist völlig gerechtfertigt, da man hier ein Produkt für lange und häufige Benutzung bekommt. Wir haben für Sie in der Videobeschreibung den Link zum Produkt zum besten Preis bei Amazon herausgesucht. Einfach draufklicken und Sie kommen sofort zum gewünschten Artikel. Haben Sie eine Frage zum Produkt, hinterlassen Sie einfach einen Kommentar. Gefallen Ihnen die Reviews? Dann freuen wir uns über einen Kommentar von Ihnen und einen Daumen hoch. Abonnieren Sie den Kanal Review Lifestyle, so verpassen Sie keine neue Produktpräsentation und sind mit den neuesten Produktreviews immer auf dem aktuellen Stand.